Wo soll ich jetzt...? Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Oh, shit, 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 shit. Ah, das war knapp. Ich befürchte, muss das ausmachen oder so. Oder auch nicht. Wo muss ich denn bitte hin? Ja, immer mit der Ruhe. Wo ist denn der Weg? Wenn ich das jetzt runter... Ich habe Angst. Oh mein Gott, wir sind sowas von tot. Ich muss ja hier lang. Kann ich das irgendwie ausmachen? Dann bin ich aber tot, ne? Ja, dann bin ich tot. Oder auch nicht. Hahaha. Wir sind da. Alle hergehört. Haltet eure Stellung und achtet auf die Gräben. Minus, du kannst loslegen. Sie sind auch hier. Vorsichtig. Haltet die Rand so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden? Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird ihr tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Ich würde ihn gern killen, aber... Hallo Thor und Dankeschön für dein Prime im 29. Monat. Dankeschön. Stellung halten. Dass ihr das schon mal durchgemacht habt. Das hier ist noch schlimmer. Wie immer. Wir schaffen das. Ja, schlimmer geht immer. Leider. Stimmt. Sehr gut. Alle dachten, Milo wäre verrückt. Aber sie nur. Sie sind zurück. Oh nö, da ist ja noch einer. Sie haben es auf uns abgesehen. Wie war's da? Lass dich! Wie? Feuer ist nichts... Nein, ich brenne mit. Ja! Ja gut, die haben mich eh entdeckt, das oder? Möchtest du Suppe, Leiser? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Suppe möchte. Haltet die Rand so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden? So. Direkt hinter diesem Fallgitter. Stefan wollte doch, dass ich brenne. Jetzt habe ich Feuer gefangen. Was wird ihr tun? Ihr habt ihn gehört! Alle Wache halten! Und lasst das Fallgitter runter! Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Ratten! Scheißratten! Es ist alles wahr! Hat es für den Witz eines Irren gehalten? Tja, mir ist das Lachen vergangen. Ja, weiter so. Ich habe keine Wahl. Ja, weiter so. Ich habe keine Wahl. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Pssst. Pssst. Ruhig. Ja, ruhig. Habt ihr den Vorschlag bezüglich Dokus geschickt, Liz? Dankeschön. Ich muss sagen, den Abschnitt finde ich hier sehr, sehr cool. Ach du Scheiße. Boah, das schaffe ich doch niemals da rüber. Oh Gott. Ja, dafür kann ich doch nichts. Toll. Hallo Duri. Ich sage dir nicht, dass ich eine Watch Party mache. Und YouTube ist ja keine Watch Party. Also, nicht mit Prime. Ja, ein Schwert wäre super. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Ach, come on. Das geschieht dir recht. Pssst. Ruhig. Ihr beide da, ne? Pssst. Oh, ich werde jetzt... Sie sind zurück. Es funktioniert. Es funktioniert zu gut. Sie haben gestern einige von uns erwischt. Die ist noch warm. Wir spielen jetzt von uns... Wir machen das. Das darf ich verrägern? Hier drüben. Lass dir nicht entkommen. Weg hier. Gut, an die komme ich jetzt noch nicht ran. Schlimmer wie immer. Schlimmer geht immer, ja, Katsache, leider. Im Zimmer, mit Gewimmer. Schlimmer. 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 Hoffentlich etwas wertvolles. Ja, mach mal hin. Es war knapp. Nein. Oh, fuck. Ach, kommen, ernsthaft jetzt? oh du blöde ist es ihr ernst jetzt vor allem ich muss den ganzen abschütte neu machen das ist doch scheiße maul halten wir rüber das geschieht dir recht ruhig spiel willst du mich verarschen hat sie auf dem kopf zieht sie auf dem schild ich hasse sowas du machst alles und dann musst du alles wieder von vorn machen blöder lutschen jetzt brennt sie mit sie so dumm ich mag die stelle doch nicht mehr jetzt muss ich diese scheiße einfach noch mal machen weil sie gestorben ist das doch kacke ja deine beschützerin für den arsch weil du zu dumm bist und stirbst weiter so ich habe kein fall das geschieht dir recht das geschieht es ist kaum noch hell genug für mein prisma was ist das was da drüben aussehen sie müssen ganz in der nähe sein weg da ihr misst das ist das kommt ihr denn jetzt hier Ja! Danke für den Followguard. Jetzt würde ich ehrlich gesagt die Kiste nicht mehr holen, weil sie eben gestorben ist. Das ist mir gerade so riskant. Hat keine Energie mehr. Es sind zu viele. Das ist schlecht. Das Spiel will einfach ärgern. Ja, ziemlich. Es schafft das Spiel auch sehr gut. Die werden gerade gesnackt. Dass ihr das schon mal durchgemacht habt. Das hier ist noch schlimmer. Das Gute ist, weil sie gerade snacken, kann ich hier doch rüber. Mal sehen, was da drin ist. Wie, die kommen jetzt zurück. Ich schwör's dir spielen, ne? Ich schwör's dir. Wenn du mich jetzt... Oh, fast. Verdammt, die haben mich gesehen! Ich schwör's dir. Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Jetzt geht's... Ich bin jetzt hier. ... Vielen Dank. Äh, wie komme ich jetzt da wieder herüber? Cool. Die haben gar keinen Bock drauf. Bleib drüben, du Affe. Los, meine Armee, der Finsternis! Los, Radikal! Das war sehr leicht. Wie komme ich jetzt da rüber? Oh mein Gott, bleibt ruhig. Die fressen sich jetzt da satt, das ist scheiße. Nun. Ich könnte sie weglocken. Aber es juckt sie nicht. Cool. Dann... Ist die Frage, ob ich das jetzt da rüber schaffe, mit der kleinen Fackel. Wobei, warte. Eigentlich, theoretisch... ...kann ich sie dazu beordern? Nee, das reicht nicht. Okay, die Distanz reicht leider nicht. Schade. Ja, dann muss ich es jetzt versuchen, ne? Das wird ja lustig. Wir glauben an... Ja... Das hält auch so lange, diese Fackel, ne? Ach du Scheiße. Wie geht es dir, Ugo? Glaubst du wirklich, die Grafende wird helfen? Ich verspreche es. Das war sehr knapp. Ähm... Oh Gott. Nee, da ist... Da ist niemand. Ja, ich brauche auch Schlaf. Also hier rein möchte ich ehrlich gesagt nicht. Oh nein! Das ist ja furchtbar. Hast du ein Glück, dass ich das gerade nicht treffe, ne? Ach, hier oben sind ja auch noch welche. Äh, okay, das ist gerade ziemlich schwierig. Ja, ja, und du mich auch. Nein, Quatsch. Du wirst irgendwann da rauskommen. Oh je, Flo. Wir sind nicht gemein und blutrunzig. Nee. Hallo, Ataxa. Vielleicht ist sie auch Rechtshänderin und kann die Waffe nicht führen. Weil das Kind an ihrer Hand fliegt. Wer weiß. Ja, genau. Guck mal, ich schummel jetzt. Hehehehe. 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 Was ist da? Was ist da? Durch die Wand einfach. Hehehehehe. Hehehehehe. Das Problem ist... Ich komm nicht an die Kiste. Achso. Hier seid ihr einfach. Bleib stehen! Hey, lass gut sein! Natürlich! Aber weil ich so... Weil du mir so auf den Sack gehst, Junge. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Hm. Ich würde aber gern die Kiste hier haben. Äh. Nimmst du mal die Sachen, bitte? Äh. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Hehehehe. Nein! Oh wehe! Ich schwöre, ne? Wenn du wieder stirbst. Ich schwöre es dir. Ich... Fresse dich denselbe auf. Mit allem, was ich habe. Ich habe Angst, hier zu laufen, ne? In jeder Ecke könnten... Könnten die Ratten sein. Ja, ist ne Kobel. Aber ich will erst schauen, was es hier noch so Schönes gibt. Vielleicht gibt's hier noch Loot. Und hoffentlich keine Ratten, die mich fressen wollen. Ah. Sehr schön. Bitte keiner stirbt jetzt, weil ich will das nicht nochmal machen. Das ist ja furchtbar. Warum bin ich hier runtergegangen? Ich weiß es nicht. Warum folgen die Ratten uns jetzt? Verpisst euch! Hier ist Licht, lasst mich in Ruhe! Ey. Ich dein Ernst jetzt, ne? Ich will nicht. Geht weg. Da ist noch Loot. Oh, ich brauche den Loot. Aber ich will da nicht mehr runter. Aber ich brauche den Loot. Loot tut gut. Ja, hier ist Loot holen nur gefährlich. Sehr gefährlich. Uiuiui. Tut mir leid für dich, Ugo. Es kommen bessere Zeiten. Mag sein. Ganz sicher. Bessere Zeiten. Mhm. Wie komme ich jetzt hier weg? Was ist jetzt los? Okay, okay. Ich sitze hier so gefühlt jetzt in der Falle. Das ist schlecht. Toll. Und die bleiben hier, oder was? Und ihr geht nach oben. Ach, fickt euch. Ganz ehrlich? Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Rennen oder stirb. Rennen oder stirb. Rennen oder stirb. Wo ist meine... Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein scheiß Ernst jetzt? Ist das jetzt ihr Ernst? Rennen. Rennen! Ich schwöre es. Mach das noch einmal, ey. Ich brech dir alles und werf dich den Ratten vor. Du doofe. Hat die doch mit Absicht gemacht. Jetzt habe ich mein ganzes Loot verschwenden müssen wegen ihr. Mann! Das ist doch kacke. Ich habe eigentlich riskiert gar nichts. Amicia. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich weiß, dass du bereit bist. Nicht wirklich. Aber gehen wir. Ich weiß, dass du bereit bist. Du bist nicht. Du bist nicht. Das Tor ist prassen. Was ist los? Da waren noch mehr. Es gibt kein Zurück. Wir sind zu nah dran. Kein Zurück. Wir werden sterben. Wenn nichts in der Kapelle ist. Versprich mir, dass wir zurück zu Mama an die Lukas gehen. Ich... Ja. Versprochen. Na gut. Klingt vernünftig. Lass mich auf und such die Eindringlinge. Alarm! 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 Er ist einfach der Mann. Auf. 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 Du bleibst jetzt bitte drüben und gehst mir nicht auf den Sack. Danke. Hey. Für uns den Weg, Sophia. Sophia mach schnell. Da hinten seid ihr auch nicht sicher. Ja. Das reicht, hör auf. Aber du kannst mich mal am Arsch lecken. Schneller. Das ist aber scheisse knapp. Huch. Könnte er nur mal einzeln werden? Bitte was. Liza Labels wird großartig werden. Bitte was. Macht sie extra wie Musis Witze. Ah ja. Ich musste gerade wegrennen. Ich musste mich gerade sehr, sehr stark konzentrieren, hier durchzukommen. Also bei dem Lachen muss ich gerade an den Imperator starstigen. Ah, schön. Got it, the recoder. Ah, okay. Das sieht nach einem Bosskampf hier aus, oder? Und ich habe so gut wie gar nichts mehr so wirklich nützliche Items. Fuck. Das sieht nach einem Bosskampf aus. Das gefällt mir nicht. MC Lizzie am Mic, ja. Yo, yo, yo. Mein erster Song ist Ist das ihr ernst? Alles ist zu. Vorsicht, es geht runter. Ich würde es kaufen. Und Ghost, ja, und Ghostemon. Oh, shit. Warum habe ich so das Gefühl, dass das hier der finale Kampf ist? Ich weiß nicht. Äh, what the f... Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Melo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war... Ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Aber warum schon wieder so eine Kapelle? Bitte nicht. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Melo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Nichts? Oh, guck mal. Diese Heilsketten habt ihr auch unten im Keller. Unum, Tueri, Omnes, Tuendo. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Was? Ich glaube, die Ratten sind unser größtes Problem als Spinnen. Da ist dieses Ding. Schon wieder. Hallo, gut Horizon. Ich habe das neue COD. Die Kampagne werde ich bald spielen. Beste Woche, denke ich mal. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie... ...weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Baby Flo. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte.